Musik Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Staffel von Sprite Scene. Und ja, ihr seht, es ist wahr. Es ist tatsächlich passiert. Besser gesagt, es wird passieren. Es fängt gerade an. Wir haben Suikoden 1 beendet. Wir haben Suikoden 1 erfolgreich beendet und sogar alle 108 Charaktere geholt. Und ich habe es immer wieder wie ein Mantra wiederholt. Wir brauchen den Save mit den 108 Charakteren, die wir freigespielt haben, um sie im Sequel Suikoden 2 verwenden zu können, um dort unschätzbar wertvolle Charaktere und weitere Dinge freizuschalten. Und ihr seht, der Abspann, nee, der Abspann nicht, der Vorspann läuft tatsächlich des Spieles sogar. Ich kann mich erinnern, oh nee, das war nicht Suikoden 2, aber irgendein Applegier, das ich gekauft habe, gebraucht. Ich habe zu Hause die Konsole reingepackt und habe es den Abspann angezeigt direkt. Und ich war sehr verwirrt, warum es das gemacht hat, irgendein Bugfile. Das ist hier nicht so. Wir sehen den Vorspann von Suikoden 2, diesmal in voller Anime und Renderpass gewesen. Und ich habe es wahrscheinlich während des ersten Suikoden-Sprite-Seeing schon gesagt, Suikoden 2, alles das, was der erste Teil gemacht hat, macht es auch. Nur besser, schöner, größer und eigentlich fast perfekt, muss man sagen. Wenn es Chrono Trigger nicht gäbe, dann wäre Suikoden 2 wohl mein eindeutig liebstes Japano-Rollenspiel aller Zeiten. Das will echt was heißen, weil ich habe einiges an Japano-Rollenspielen gezockt. Es ist ein bisschen länger her, dass ich den zweiten durchgespielt habe. Ich bin mir auch nicht sicher. Es gibt ja etliche weitere Fortsetzungen, den dritten, vierten, fünften auf PS2. Ich glaube, da konnte man auch sogar das Save-Game mitnehmen. Wir werden heute Suikoden 2 anfangen. Ich werde hier auch übrigens versuchen, die 108 Charaktere perfekt zu bekommen. Einfach, weil ich einerseits lieber Komplettist bin und dort alles Mögliche an Charakteren und Szenen und so weiter mitnehmen möchte. Vor allem, weil da sehr, sehr viele coole Sachen hier in Suikoden 2 versteckt sind. Andererseits, ich glaube, das schaltet uns auch für Suikoden 3 ein paar Sachen auf der PS2 frei. Falls wir das angehen wollen würden, bleibt natürlich die Sache. Ich bin nach dem fantastischen Suikoden 2 hier nicht ganz so gut auf Suikoden 3 zu sprechen gewesen. Habe es in meiner Liste der Top-11-Enttäuschung reingetan. Aber wer weiß, vielleicht beißt es mich wieder, dass ich nach fast 13, 14 Jahren Suikoden 3 da nochmal angehen würde. Macht euch auf jeden Fall bereit auf eines der besten Japaner-Rollenspiele, die es je gegeben hat, wenn ihr Suikoden 2 noch nicht kennt. Und wenn ihr es kennt, dann wisst ihr Bescheid. Gleich geht die Luzi ab. Super getimed, dass ich fertig mit meiner Rede war, direkt wo wir auf den Hauptbildschirm gelangt sind. Wir spielen übrigens, da wir mit der US-Version angefangen haben im ersten Teil und den Save-Game weiterverwenden wollen mit der US-Version von Suikoden 2. Da werden wir gleich erstmal den Hauptcharakter benennen können und machen können. So, ich habe mich im ersten Teil Greg genannt. Der zweite Teil lässt eigentlich hier die Kontrolle, man sieht es oben links, da dreht er sich, der kluge Buge, die Rolle eines anderen Charakters übernehmen. Und sein normaler Name ist Ryu, also R-I-O-U schreibt man das hier. Währenddessen der Real-Name, der Standard-Kano-Name von Helden des ersten Spiels, Tyr, ist T-I-R. Ich werde diesen Charakter hin, nicht das, dann viele Leute verwirzen, aber auch Greg nennen, weil ich will mich mit ihm identifizieren. Und, also es sind nicht die gleichen Charaktere beim ersten und dem anderen, aber ich fühle mich besser, kann mich besser in die Rolle hier reinversetzen des stummen Ryu, wenn er Greg für mich heißt. So, ihr seht übrigens in seiner Hände, in seinen Händen hat er seine Standard-Waffen, das sind nämlich Tonfass, das sind diese Schlagstöcke mit Griff, diese kurzen Schlagstöcke, die auch zum Blocken verwendet werden können. Und ein bisschen anders als dann der Teer aus dem ersten Teil, der ja seinen Bostab oder auf jeden Fall einen Stab verwendet hat. Hier fragt uns das Spiel gerade, ob wir den Save-Game verwenden wollen. Oh, und da drehe ich schon mal die Tonfass, auf das sie ordentlich dann kreisen und im Gesicht des Gegners landen mögen. Im ersten Memory-Card-Slot habe ich noch die Memory-Card, da sieht man es, die ganzen Spielstände von dem ersten Soikoden. Ich kann hier nicht jeden Spielstand dazu verwenden. Wenn ich hier rechten sende, das müsste der hier, müsste der späteste sein, Level 59, 28 Stunden, 24 Minuten, 59 Sekunden. Man kann, soweit ich mich erinnern kann, nur den Save-Game beim allerallerletzten möglichen Save des Spieles verwenden im Schloss, bevor man zum Enkingner hinkommt. Sonst würde sich das Game hier beschweren. Es nimmt dann alle wichtigen Infos, die es braucht, um mir die gewissen Sachen freizuschalten hier mit. Und man merkt es natürlich nicht direkt, dass da was anderes ist, aber wenn es soweit ist, dann werde ich euch schon Bescheid geben, was da anders gemacht wurde. Okay, damit haben wir den Spielstand geladen. Im Grunde, wie viele Sequels der RPG-Hera aus dem Super Nintendo und der Playstation, man kann fast schon mehr sagen, so Ikonen 2 ist eher wie so eine Art Remake mit neuer Story vom ersten Spiel, als denn komplett 1000% neues Sequel. Also da sind ähnliche Begebenheiten, will ich es jetzt nicht nennen, aber es fühlt sich nach einem ähnlichen Spiel an. Nur, wie schon erwähnt, hier wurde eben alles größer, schöner, besser und so weiter gemacht. Wir befinden uns im Camp und da bin ich oben, Greg, und das ist Joey, unser allerbester Freund. Greg, du hast dich schon umgezogen. Mensch, du bist ja wirklich in Eile. Ich auch. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, dass wir nach Chiara zurückkehren und ich konnte nicht es abwarten, diese Uniform abzulegen. Hey Greg, Nanami wartet auf dich wahrscheinlich, dass du wieder zurückkommst, oder? Du bist ihr einziges Familienmitglied, seitdem Meister Genkaku gestorben ist. Wenn es nur nicht diesen... Oh Gott, was war das denn? Mein Handy explodiert, oh Gott. Wenn es nicht für diesen Krieg gewesen wäre, der arme Genkaku. Schön viele Infos, die wir rausziehen, noch zwei Zeilen hier, ja? Ja, jedenfalls sollten wir uns jetzt schon zum Schlafen legen, oder willst du ein bisschen frische Luft schnappen? Es scheint eine nette Nacht zu sein. Ja, ich würde sagen, man kann natürlich hier dann das Spiel schon ein wenig beschleunigen und uns gleich schlafen legen, aber wir gehen einmal raus und schauen, was Phase ist. Okay, Joey ist der Party beigetreten wie ich, ist der noch nicht so ultra erfahren im Kampf, Level 2. Joey hat dafür, ähnlich wie es dann unser alter Kollege hatte, der Greg aus dem ersten Teil, hat Joey einen Stab, den er verwendet. Das können wir hier unter Strength, glaube ich, angucken. Ja, Joey hat den Star Staff da unten und ich habe den Twin Fang, meine Tonfass sozusagen. Angriffskraft ist relativ ähnlich, also Strength, Tech und so weiter. Joey ist ein bisschen mehr magiebegabt, ich bin ein bisschen schneller bei den Angriffen. Also die beiden sind schon ein ziemlich gutes Gespann. Ja, wie aus dem Gespräch habt ihr ihn können, warte mal, ich muss einmal hier kurz den Hintergrundsound ein wenig runterdrehen, damit es nicht wieder zu laut ist wie beim letzten Mal. Ich würde auch den Message-Speed gerne mal hochstellen, ich würde es mal probieren. Also ich mag es, wenn die Texte relativ schnell erscheinen, aber ich mag es nicht, wenn sie so instant erscheinen. Ja, okay, das ist ganz gut. Also schnellere Texte sind gut, aber nicht so dieses Blop, 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 da würde ich lieber gerne selber auf den Knopf draufdrücken. Aber das scheint mir richtig zu sein. Ja, wir sind im Kriegsgebiet sozusagen, wir patrouillieren die Grenze und wir sind beide in der Armee. Also ich, Greg und mein bester Freund Joey haben gerade noch unsere Uniformen angehabt. Und hier die Jungbrigade natürlich des Landes, das werden wir glaube ich gleich sehen, wenn wir uns ein bisschen fraternisieren mit unseren Kampfbrüdern hier. Ich glaube nicht an das Agreement zwischen den City-States und ich bin fertig, mein, oder ich bin fertig, ich bin bereit, mein Königreich mit meinem eigenen Leben zu verteidigen. Ja, die City-States of Joestown, das waren der große Gegner der Toran, der Republic, der Toran-Republik aus dem ersten Teil. Weil wir sind hier nicht in Toran, wir sind in Highland. Ich bin froh, dass es ein Friedensabkommen gibt. Krieg ist ein schreckliches Ding. Ich will nur noch nach Hause gehen. Ja, und die City-States von Joestown, die sind nicht nur mit Toran im Krieg, sondern auch eben mit Highland, zu denen wir hier gehören. Wir sind anscheinend nah an der Grenze in einem Camp voller, voller junger Soldaten hier. So eine Uniform wie der hatten wir übrigens an Greg, du hast dich schon umgezogen. Wenn der Käpt'n das herausfindet, dann wird er böse sein. Aber ich verstehe. Klar, ich kann diese Uniform ja auch nicht lange anbehalten. Eine schöne Sache, ich brauche hier nicht mehr die Holy oder True Holy Rune. Wenn ich kreisgedrückt halte, kann ich schon schnell laufen. Ihr seht vielleicht, wenn ihr es original im ersten Teil noch im Blick habt, die Hintergründe sind schon mal hier sogar ein bisschen detaillierter. Die Figuren sind ein bisschen feiner gezeichnet. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen hier im Camp um und lasst mal die Stimmung aufsorgen. Greg, Joey, hört euch das mal an. Es war meine Reihe heute, die Wache zu übernehmen, aber der Käpt'n hat gesagt, vergiss es. Es ist, ah, es liegt wahrscheinlich am Friedensabkommen, denke ich mal. Okay, der Kollege hier hat wohl frei bekommen von Käpt'n Rout, der sich irgendwo in einem der Zelte hier befindet. Ich glaube, ist es das hier? Nein. Ah, guck mal, die haben sich auch umgezogen. Wir können endlich nach Hause gehen. Ah, wir sind nie an die richtige Frontlinie geraten und ich bin total froh darüber. Was hast du gerade gesagt? Das sind nicht die stolzen Worte eines Highland-Soldaten der Unicorn-Brigade. Der Einhorn-Brigade. Fühlst du dich auch ganz weich in der Magen gegen Greg? Fühlst du dich so, als ob du schon zurück in Mamas Armen bist? Oh Mann, guck mal, wie die sich streiten. Aber? Ach, diese beiden streiten sich hier mal, aber ich verstehe sie beide. Tja, da wird einmal, guck mal, da wurde der Zwist entschärft durch den schlafenden Kollegen. Das sind eben junge Burschen, ja, die sind noch lange nicht volljährig, ja, aber müssen ihr Land verteidigen. Haben vielleicht auch ein bisschen Schiss davor, wenn sie tatsächlich an die Frontlinie geraten, wo der Krieg wirklich tobt. Guck mal, die beiden haben sich hier nichts zu sagen. Ist nur verständlich, dass da ein wenig es Probleme gibt. Zwischendurch, was ist mit dir hier? Ich bin so, ähm, ich bin so aufgeregt. Es ist schon über eine Woche her, dass ich hierher zurückgekehrt bin. Ich kann es kaum abwarten, meine Mama zu sehen. Ja, das können wir ja bald machen, ne? Ich glaube, das müsste Routes Zelt sein. Ja, das ist es. Hups, und da hat er uns gesehen. Ihr beiden, wo sind eure Uniformen? Äh, es tut mir leid. Tut uns leid. Nun denn, ich werde es diesmal noch vergessen. Geht wieder zurück zu eurem Zelt und legt euch schlafen. Jawohl, jawohl, Sir! Da hat er uns nochmal verziehen, der Rout. Da habe ich gesagt, dass es euch schlafen gehen soll. Jetzt ver... Pieselt euch hier. Ja, Rout ist unser Käpt'n hier, der einzige Erwachsene wohl. Was ist mit dir? Oh Mann, ich bin total kaputt. Ich glaube, ich werde mich gleich pennen legen. Was ist mit dir? Wir sind richtig aufgeregt auf den morgigen Tag. Wir freuen uns drauf. Und du hier? Hey, Greg, Joey, geht schlafen oder der Käpt'n wird sauer mit euch sein. Ja, wir könnten uns in diesem Punkt schon mal schlafen legen oder uns ein bisschen außerhalb des Camps umgucken. Aber so viel gibt es jetzt hier nicht zu tun, oder? Ich glaube, hier gibt es hier oben eine Szene. Jetzt müssten wir gleich an einem Wasserfall sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, oh, wir sehen es. Guck mal, ein Parallax-Wasserfall, ne? Wie der so reinkommt, flüssig da rein. Man hört das... Schön den Sound. Ach, das sind einfach schöne Bilder. Ich habe, als ich seine Zeit das Review mal geschrieben habe für meine Website von Suicoden 2, viele der Locations, auch wenn man es hier noch nicht wirklich so direkt sieht, weil es eben alles noch ein bisschen grau und grau und Nacht ist, als so kleine Anime-Gemälde-Kompositionen umschrieben. Ja, der Detailgrad ist nicht der allerhöchste. Es gibt natürlich später mit größerer Auflösung Konsolen, wo das alles ein bisschen feiner aussieht. Aber so die Komposition, ja, wie die Farben, wie die Locations, wie die Charaktere verteilt sind, die schon so ziemlich einzigartig sind. Und da werdet ihr mehr Staunen von mir dann wahrscheinlich vernehmen. Ich bin so aufgeregt. Ach ja, der wollte zu seiner Mama. Wir können uns auch hierhin auf der Seite umschauen, wo die weiteren Leute patrouillieren. Ich bin fast fertig mit meiner Ausschau-Pflicht. Wer braucht denn einen Ausguck so weit in den Bergen? Was soll denn das? Ja, es ist nicht viel los hier oben, ne? Hey Greg, wenn wir wieder zurück nach Chiaro zurückgehen, dann werden deine Schwester und ich... Ach ja, was wirst du machen mit meiner Schwester? Äh, äh, vergiss es, vergiss es. Alles klar. Äh, meine Schwester wurde übrigens kurz erwähnt. Nanami heißt sie und wartet auf uns zu Hause, seitdem mein Großvater und Nanamis Großvater Genkaku verstorben sind, ist, äh, ist sie mein einziges Familienmitglied. Irgendwas fühlt sich komisch an. Ich könnte, äh, schwören, ich habe sich irgendwas bewegen sehen. Konnte ich denn hier oben? Ach, das konnte ich auch, ne? Aber, ach, da kann ich da nicht weiter. Wir machen es ausführlich mal. Wie gesagt, ich könnte mich zwar jetzt hier schon schla... Au, und guck mal hier. Habt ihr das gesehen? Ihr seht ihn da hinten. Hey! Guck mal. Wenn ich da hinterher will, Greg, lauf nicht zu weit weg, oder Captain Rout wird echt böse. Jedenfalls macht ihr keine Sorge, wir werden zurück nach Chiaro morgen zurückkehren. Ja, wir haben jemand Verdächtiges gesehen, aber der ist weggelaufen, bevor wir es konnten. Und weiter lässt uns Joey nicht. Damit haben wir alles gemacht, was wir machen können. Und es bleibt uns eigentlich nichts, als ins Bettchen zu gehen und dann sich schlafen zu legen und sich darauf zu freuen, dass der Krieg für uns vorbei ist. Das ist doch der Hammer, oder? Okay, let's go to sleep. I'm going to sleep. Du hast recht, ich will zurück nach Chiaro sofort, wenn der erste Sonnenschein da ist. Gute Nacht, Greg. Aber ja, Joey, mein bester Freund. Und haben schon schlafen gelegt, ne? Aber, oh, oh, was ist das? Überraschungsangriff. Wir hören schon, ja? Das Gekämpfe, guck mal, die Jungs sind auch in ihre Uniformen schon gewechselt. Nur wir haben keine Gelegenheit gehabt. Überraschungsattacke, aber was ist mit dem Friedensabkommen mit den City-States? Hast du es gehört, Greg? Wir sollten es besser auschecken. Okay, Joey ist wieder da und jetzt wird es ein bisschen heftiger, denn das Camp wird überfallen. Und holy fuck, na? Greg, Joey! Captain Rout, was ist denn los? Es ist ein Überraschungsangriff der City-States. Wir, äh, sie haben, ähm, das Friedensabkommen gebrochen. Dieser Abschaum. Es scheint so, als ob wir umzingelt sind. Geht den Berg entlang, äh, im Osten und rettet euch. Beeilt euch. Lass uns los, Greg. Wir können hier nicht sterben. Nanami wird komplett alleine sein. Okay. Also. Ähm. Es müsste ich hier schon die Random Encounter nehmen. Guck mal. Und die beiden umgezogenen flüchten. Aber einer ist da noch. Hey, du, steh auf. Weg, weg, weg. Ha? Der Gegner. Ha? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Den hättest du fast hier gefetzt. Guck mir hier und da. Alter, schaust euch an. Schaut euch an. Guck mal. Hey. Öffnet deine Augen. Stirb nicht. Stirb nicht. Warum? Warum? Ich muss weg. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, Routh hat uns gesagt, wir sollen gen Osten hin, ne? Und das ist Osten. Oh, Alter, schaust ihr an. Ah. Es tut weh. Mama. Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich retten. Wir sind Freude. Stimmt's? Alter, Volti. Mach dir keine Sorgen, Greg. Beeil dich und geh weg. Das ist, glaube ich, der, der mit unserer Schwester ausgehen wollte. Mann, guck mal, da laufen sie dahin. Da laufen sie dahin. Okay, hier unten nicht. Hier sollten wir hin, ne? In Richtung Osten. Warte mal eine Minute, Greg. Was ist es, Joey? Denkst du nicht, dass es merkwürdig ist, Greg? Der einzige Weg ist durch diesen Wald hier. Der Gegner muss das auch wissen. Ah, gute Idee, Joey, ja? Der Gegner wartet vielleicht in den Wäldern auf uns, um uns anzugreifen. Lass uns zurück, Greg. Lass uns das Captain Routh erzählen. Okay, das ist eine gute Idee, weil wir sollten ja nicht in irgendeinen Ambush hier reinlaufen. Oh, 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 oh. Ambush reinlaufen, scheiße. Uah. Und nix mehr, ne? Och, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Die Leichen unserer Kameraden. Warum? Alter, alles voller Feil. Nicht mehr. Und alle. Alle tot hier. Es tut so weh. Hilfe. Mama, Alter. Au, guck mal, was ist denn da los? Ha! Und Alter, da ist er. Da ist er. Es ist alles, wie wir geplant haben, Prinz Luca. Jeder ist nach Osten geflüchtet, durch den Wald. Der Ambush hat perfekt funktioniert. Alter, Rout, dieser Schweineficker, ist mit dem Gegner im Bettchen mit Prinz Luca. Alle armen Opfer des Betrugs des Staates, der City-States. Ich wünschte, ich hätte dem Ambush beigewohnt. Alles, was ich bis kürzlich zum Kämpfen hatte, war dieser alte Mann. Ich werde langsam, ich roste langsam ein bisschen ein. Äh, jawohl, ich meine, nein, nein, Prinz Lucas' Schwertkampf ist wirklich einzigartig. Meine Männer würden wie Idioten aussehen. Ey, Luca. Luca Blythe, Prinz Luca, wohl einer meiner liebsten Videospielbösewächte. Ihr werdet schon sehen, was der alles anstellt im Laufe des Spiels. Jawohl, die jungen Männer haben ihrem Land gut genug gedient. Und jetzt brauchen wir kein Friedensabkommen mehr mit diesen Joe Stone City-State-Weaklings. Ich werde ein für alle Mal beweisen, dass sie der Power des Highlands nicht wirklich entgegentreten können. Okay. Also, die City-States haben uns wohl nicht wirklich angegriffen, sondern dieser Prinz Luca hier hat mit Absicht das gemacht, damit die Leute denken, City-States haben angegriffen. Dann, Friedensabkommen ist dahin. Ich, äh, pflichte euch bei, Sir. Mit Prinz Luca, äh, als Kommandeur wird Highland endlich den Ruhm haben, den es verdient. Okay, Prinz Luca ist der Prinz von Highland. Mein eigener Prinz. Der greift seine eigenen Truppen hier an, damit es so aussieht, als ob der Gegner angreift und das Friedensabkommen nicht stattfindet. Was für ein Bastard. Und Rout, Rout ist da mit drin. Was zum Teufel? Oh, lass uns hier raus, Joey. Du hast recht, Greg. Aber wenn wir nach Osten gehen, werden wir getötet. Das bleibt, da bleibt nur noch das Cliff im Norden übrig. Vielleicht sollten wir, äh, sollte es uns möglich sein, zu entkommen, wenn wir das Cliff hochklettern. Komm, lass uns nach Norden laufen, Greg. Okay, Alter, dieser Bastard. Mal schauen die an, schauen die an. Lieber schnell weg, bevor der uns in die Finger kriegt. Wir haben gesehen, hier oben war nicht mehr viel, außer... ... dieser gottverdammte Wasserfall. Lauf, 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 Greg, lauf. Lauf, Greg und Joey. Da. Geht's dir gut, Greg? Du bist nicht verletzt, aber warum würde der Käpt'n... Ach, du Scheiße. Ihr werdet nie die Antwort drauf lernen. Ihr werdet hier sterben. Ihr Opfer der Überraschungsattacke. Anführungsstriche macht er sogar. Das ist die States, ja. Eure Zukunft endet hier. Guck mal, Rout hat uns doch erwischt. Käpt'n. Es ist schade, ja. Ihr wart sehr vielversprechende Soldaten. Also, jetzt erwischt sie. So, jetzt haben wir hier eine Stelle. Wir können hier dann relativ viele Angriffe sozusagen der Gegner mit uns übergehen lassen. Wir haben, kam systemtechnisch, sehr viel ähnliches wie im ersten. Wir haben das Autokommand, mit dem dann Standardattacken automatisch abgerufen werden. Aber, wenn wir auf Hype machen, Joey und Greg haben eine Unite-Attacke, die fantastisch ist. Die Buddy-Attack greift alle Gegner gleichzeitig an. Und ich werde sie jetzt einmal losstarten. Erwischt. Oh, und fast. Fast. Okay, den Rest können wir auf Auto machen. Das Kampfsystem ist wirklich sehr ähnlich zum ersten Teil. Ein paar kleine marginale Verbesserungen hier und da, die sich aber im Detail nur achten. Visuell sieht es natürlich mindestens genauso schick aus. Und das speedige Kämpfen ist auch noch dabei. Dafür gibt es jede Menge gute Unite-Attacken, die wir wirklich ausreizen können. Verdammt, ihr hartnäckigen kleinen Punks. Bleibt hier, ich werde gleich wieder zurück sein. Wir können das nicht ewig weitermachen. Greg, da gibt es keinen anderen Weg. Wir müssen springen. Oh Mann, schau dir doch mal hier diese Strömung an. Wir werden es nie schaffen. Ich glaube, da ist kein anderer Weg. Schau dir die Strömung an. Wir werden es nie schaffen. Greg, wir können nirgendwo hin und der Käpt'n wird uns nicht lebend entkommen lassen. Okay, es gibt keinen anderen Weg. Oh, und da, wichtige Szene, wichtige Szene. Wenn wir es schaffen, aber wenn wir irgendwie getrennt werden sollten, lass uns wieder zurück an diesen Spot kehren. Auf diese Art werden wir wieder vereint sein. Versprich mir, Greg. Versprich es mir. Ich verspreche es. Wir müssen uns das merken. Hier im Stein ist dieses Versprechen gemeistert. Lass uns los, Greg. Oh Mann. Okay, Hände, Auge zu und... Alter! Tja, Game Over, no? Na, nicht ganz. Aber... Oh, schön. Das zweite Intro, das In-Game-Intro von Suikoden 2 läuft mit einem sehr, sehr schönen Stück. Wir sehen ein paar Flashbacks von Joey, von Greg und von Nanami, damals als Kinder, in ihrer Chiaro, glaube ich, hieß das Dorf. Da ist Genkaku, der Opa. Und dieses Musikstück, ja, das heißt Reminiscence vom Soundtrack. Ich habe das im allerletzten Plausch, Musikplauschangriff, dann noch mit reingetan. Eines der schönsten Stücke dann da. Und wirklich eine sehr schöne Sache, die man hat... Ah, das ist schön. Ihr könnt, glaube ich, schon absehen, warum mir dieses Spiel so gut gefällt. Nicht nur eben, dass es dann viel mit reinbringt, wie das erste, das sich dann gespielt hat, sondern es hat wirklich diese emotionalen Momente am Anfang. Wir hatten genug Gelegenheit, unsere Kollegen hier kennenzulernen, ein paar kleine Geschichten im Sommer. Und jetzt haben wir gesehen, wie alle unsere Kollegen abgeschlachtet wurden. Alle, die eigentlich junge Kinder waren, wieder zurück wollten. Und das hat schon am Herzen ein bisschen gezuppelt. Und jetzt sehen wir die Geschichte unserer zwei Hauptcharaktere, die wir ein bisschen kennengelernt haben. Guck mal, so hat es angefangen. Ja, zusammen. Sie haben gemeinsam gekämpft. Ja, da sehen wir Rout im Hintergrund. Und sie wurden vereidigt, bis zu dem Punkt, wo der Angriff gekommen ist, haben sie sich tapfer geschlagen. Guck mal, wie stolz, wie stolz die beiden sind, dass sie es zur Armee geschafft haben. Und Nanami verabschiedet uns, winkt uns hinterher. Das ist sehr lustig. Ich und Joey sind natürlich die Einzigen, die anders aussehen als die Standard-Sprites dort. Wir werden verabschiedet von Chiaro. Dann hier. Ah, ja, das ist der Suikoden-Schäppke, der alles erfunden und geschrieben hat. Mann, Mann, was wünschte ich, wenn er denn ein neues Spiel machen würde? Also diesen kleinen Intro-Flashback haben wir gesehen. Und? Den kennen wir doch. Das Gesicht haben wir doch schon mal gesehen. Da sagt er, dieser Punk ist eine Zeitverschwendung. Ich wundere mich, wo er hergekommen ist. Wer das erste Spritzing gesehen hat, der weiß, wer er ist. Wer es nicht gesehen hat, der wird es erfahren. Aber nicht mehr in diesem Teil von Spritzing mit Suikoden 2, sondern im Daraufheim. Einen guten Punkt haben wir gefunden, um auszusteigen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich war der Gregor, das war Suikoden 2. Wir sagen schwulli-schwupp. Bis denzen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.